EISEN, 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 GANZ VIEL EISEN Was hast du hier reingestellt bei diesem Guide? Was ist das für ein Teil da? Das ist ne Sägemüle Ok, was kann die? Weiß ich wie das in Deutsch heißt, also ist ne Sormel auf Englisch Und deswegen braucht man manche Sachen zu craften Achso, ok Oh, ich hab's Marakte gefunden Wenn ich da jetzt runtergehe, werde ich dann irgendwie sterben? Nö, ist ne Rope Also du kannst ja eine Rope festhalten Ok Hallo Gib mir ein paar Steine Ok, danke Er macht da unten den Tagebau Er macht da unten den Tagebau So, ich komm auch nicht Ja, muss er sein Also wenn ich mal was Produktives hinkriegen So Oh, ich werd am liebsten mit meinem anderen Account reingehen Und da hab ich so ein Graberhandschuh Aus nem relativ starken Material Und er macht eigentlich so gut wie jeden Block One-Hit Man, warum kann ich dich mit dem Ding drüben? Das ist viel schneller Wie hast du die Dächer gebaut? Er wird ein Hammer Mit dem Hammer kannst du auf die Blöcke draufschlagen Dann werden die so abgestreckt Achso So Und wieder die Server-Lag, ok Lukas? Ja Ok Ok, du bist mir da Ich meine, jetzt warst du so still, dass ich dachte, du bist nicht mehr da Ne, ne, ich bin da Ich find hier beide ganz viele Edelsteine Das ist wohl schön Ähm Ähm Mach du mal bitte später das Dach hier Jaa 把 das Kiegt das nicht hin Hmm Mhm Mh Hm und und komm jetzt mal runter was schon irgendwelche 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 gestern und okay ich glaube man die andere richtung nicht ich will nur die tupazi haben oder soll ich weiter nach unten kramen sag mir was ich machen soll töte den riesenwurm was ist der denn jetzt immer wenn das komische geräusch lauter wird kommt der näher ach so pass auf ich will das hier nicht runterfallen ich hab keine ropes mehr ich muss da auch dann kann ich gleich ein dach bauen ok ok hab ihn Jetzt schwach was unten. and und 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 Wieso kann ich die Fackeln hier nicht setzen? Wo? Hier unten in der Höhle Ich komm mal eben runter Äh, willst du die an der Wand setzen? Jaa Dann guck dir mal den Hintergrund um Ach, das geht nicht Genau Scheiße, jetzt hab ich die Dinge jetzt vergessen Geh wo, ups? Jo Schön Hast du den mal unten gefangen, oder wie? Nein, ich kann ja hochgehen Dann geh mal hoch Bring mal ein paar Fackeln mit Ich hab welche dabei Ach so Kannst du abgeben? Oh, hier waren... Lol, hier ist ne Falle Hast du die unten mit Falle ausgelöst? Was ist das rote da? Hm, was rote? Da war grad sowas rotes Solche roten Kabel? Ja Ja, das war ne Falle Ach so Die hab ich aber gerade zerstört, weil ich die, äh... Auslöser abgebaut hab So, wo sind die die Ropes? Ich hab so ne Grey Presser Blade Ja, das war die Falle Und immer wenn ich die in der Hand hab, kommt hier sowas rotes Ja genau Das sind die Kabel, die Falle auslösen Ach so Ach so Wo ist das? Hä? Wo sind die ganzen Ropes? Haben wir keine mehr? Ich weiß nicht, wie viele du mit runter... Wie viele hattest du mit runter genommen? Ach so Ich hab's im Endeffekt Ich hatte hundert mit runtergenommen, jetzt hab ich aber 187 noch mehr Leg mal hier ein paar Fackeln aus Leg mal hier ein paar Fackeln aus Auslöser Ich hab eineig, höre rast bei der 같이 verschosphтраße Auslöser Auslöser Ja so. das ist ja nicht ab da ich komme nicht hin Scheiße. Ich will das abbauen. Was denn? Ah, okay. Gut, nee, ich kann mir. Das ist nur Kupfer. Ja, trotzdem will ich das. Prinzip, ne? Ich habe übrigens ein Jojo gemacht, weil ich krass bin. Guck dir mein schönes Jojo an. Jojo ist ja langweilig. Sag niemals zu meinem Jojo langweilig. Ich habe eine Angel. Ich habe ein Jojo. Und ich habe Kächer. Ja, das Jojo macht Damage. Deine Angel nicht. Nee, das nicht unbedingt. Jojos sind ein liebes Spiel, nämlich Waffen. Kann ich denn eigentlich hier mit den Steinen irgendwie Rüstung mehr machen? Aus Steinen? Was machst du da? Abbauen. Aber wenn du da unten baust, dann läuft da das Wasser da rein, oder? Ich weiß. Ich weiß, wie ich das jetzt irgendwie weglegen kann. ich will. Ich weiß, wie ich schon trage. Ich weiß, wie ich die Küche schnauhe. Ich weiß, wie ich es. Ich weiß, wie du es da unten krank. Ich weiß, wie du das nicht wahr? Ich weiß. Ich weiß, wie du das gerne. Ich weiß, wie du das aufgeregt. Du kannst. Ich weiß, wie du das Agora. Du kannst, wie du mit dir in der Kont XYzen. Ich weiß. Du kannst du das jetzt nicht. So, ich baue hier oben mal ein bisschen ab. Mach das. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wann wir angefangen haben. Mit der Aufnahme. Ja gut, wir machen ja eine Session, da ist es nicht schlimm. Ja, ich weiß, aber ich muss erst jetzt zurechtschnallen. Na ja, dann gibt es dieses Mal eine überlänge Folge. Und eine Folge wird überlang sein. Über 15 Minuten. Oder auch nicht, wenn ich gefühlsmäßig richtig abchecke hier mit der Zeit. Wie gesagt, wenn. Wenn. Boah, ich weiß nicht, ob ich das ganze Wasser wegkriegen soll. Ich hab drei Stück. Dann gibt's mir noch ein bisschen. Dann gibt's mir noch ein bisschen. Wie schön, wie er sich hier wieder die ganzen Vasen klaut. Wie schön, wie er sich hier wieder die ganzen Vasen klaut. Was ist denn das? So, guck mal, die Gelber ist da im Vollfeld. Guck mal, die Gelber ist da im Vollfeld. Guck mal, die Gelber ist da im Vollfeld. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achso. Achso. Hm. Ja. Was ist eigentlich amethyst? Äh, wie viel hast du davon? Davon hab ich jetzt drei. Oh, dann brauchen wir noch einen einzigen. Und dann? Dann können wir uns den ersten Hook machen. Hook heißt was? Das ist praktisch so ein Greifhaken. Oh lol, ok, krass. Leg Slimes sind also stark. Scheint so. Schön. Na gut, ich war grad lowlife, weil ich ertrunken bin. Aber man merkt, wir sind produktiv mittlerweile. Wow. Oh. Du hast mal Qualle getötet. Ja. Ich weiß. Ich hätte eh nur noch eine Blase gehabt, ich kam nämlich nicht mehr hoch aus dem Wasser. Achso. Herr lol, wie stark ist das für bitte? Ok, krass. Das kam jetzt nicht erwartet. Das kam jetzt nicht erwartet. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ach, da ist mein Netz. Das weiß ich nicht. Ach, da ist mein Netz. Dr. Begriff. Dr. 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 Ich grabe mich mal, ähm, hier hinten ein paar Meter weiter in die Erde. Ach, da hinten. Hast du deine arme Twisten weggelegt? Ja, 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 die sind alle in der Drohung. Okay. Hast du die nach oben gepackt, oder was? Hm, okay. Schade, ich brauch noch einen arme Twist. Dann hätt's gereicht. So. Jetzt brauch ich noch ein paar Fackeln. Okay. So, ab in die Höhle hier. Geil, ich hab endlich ne Hook. Ja? Ja? Hm. Ne ganz normale aus Eisen. Man kann nämlich ne Hook von Piranha's Gift abbekommen. Und dann mit Eisenketten da draußen richtig einen Hook machen. Was machst du da? Um. Oh mein Gott. Nice, ich hab ihn. Geh in deine Höhle zurück. Der erste Life-Fristal. Jetzt hab ich 120 Leben. Geh in deine Höhle zurück. Nein. Tropatze. Geil. Das ist gut, dass hier Tropatze sind. Dann können wir dir jetzt auch einen Hook machen. Wir haben jetzt genug Tropatze, um dir auch einen Hook zu machen. Das ist gut, oder? Jo. Wenn das gut ist. Auf welcher Taste liegt bei dir eigentlich der Hook? Weiß ja nicht. Das war ne Option, umstirmen. Also auf die Taste, mit der du halt aktivieren willst. Aber ich hab ne Hook. Ahaha. Ich hab hier unten noch ein bisschen Gold gefunden, ne? Ich hab noch ein Life-Cristal gefunden. Geil. Geil mal her. Hab ich schon gefressen, sorry. Ich will auch mal einen. Du nimmst mir ja alles weg. Ich bin auf die andere Seite der Höhle gegangen als Moon. Also sagt mir das. Ich bin extra auf die andere Seite gegangen. Jaja, alles fürs Team, ne? Na klar. Ich hab mir gesagt, dass ich hier Teamarbeit mache. Mein neues Freundchen, ne? Ich bin ein kleines Ego. Wie kann man diese Life-Cristalle fressen? Einfach draufklicken. Erst abbauen und dann draufklicken. Wie baue ich die ab? Indem du sie mit der Spitzhacke abbaust. Achso, okay. Hast du einen gefunden? Ja. Jetzt hast du nur noch zwei. Warte, muss eben. Er ist hier so ein Yellow Smile. 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 Slime. Besiegen. Tobi? Bist du noch da? Ähm, da hat sich gerade jemand verabschiedet. Ich bin tot und da hat sich jemand verabschiedet. Ähm, dann würde ich mal sagen, dass ich die Aufnahme jetzt mal einfach beende. Ist jetzt eh schon ein bisschen länger. Und so, meine Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020